Die Vision von Phoenix Meccano in Stein am Rhein ist Innovation, Geschwindigkeit und Wertschöpfung. Gemeinsam als Team möchten wir unsere Kunden begeistern. Für die Phoenix Meccano ist das Wichtigste ein top motiviertes Team zu haben und das haben wir. Wir haben ein sehr gutes Know-how im Bereich Gehäuse- und Gerätebau, wir haben hervorragende Entwickler, aber auch ein sehr hohes Produktions-Know-how. Wir bieten von ergonomischen Lean-Arbeitsplätzen über Montageleitsysteme, Pick-by-Light-Systeme, Robotik, kollaborative Robotik und auch autonome Transportsysteme alles an, was in einer Montage gebraucht wird. Im Bereich Elektrozylinder haben wir ein grosses Sortiment an Zylindern. Phoenix Meccano hat eines der führenden Profilsysteme am Markt. Einer der grossen Vorteile ist der bearbeitungslose Verbinder. Das heisst, man ist dadurch sehr flexibel und man spart natürlich auch viel Zeit in der Montage. Um Projekte erfolgreich durchzuführen, braucht es neben Innovation eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Und dafür ist ein respektvoller Umgang essentiell. Und genau diesen Umgang pflegen wir auch mit unseren Mitarbeitenden. Die Basis ist ein wertschätzender Umgang miteinander, dass wir Führungskräfte mit unseren Mitarbeitenden wertschätzend umgehen, aber auch alle miteinander auf gleicher Augenhöhe kommunizieren. Den Fachkräftemangel beugen wir vor, indem wir junge Lernende ausbilden. Wir haben aktuell 19 Lernende in verschiedenen Berufen. Das ist vor allem in der Produktion, aber auch in der Logistik und im Büro. Weiter bieten wir Aus- und Weiterbildungen für die Belegschaft an, indem wir zum Beispiel höhere Fachschulen unterstützen, Fachhochschulbesuche. Aktuell haben wir auch mehrere Mitarbeitende, die Masterlehrgänge absolvieren. Gesundheit ist sehr wichtig, wenn nicht sogar das wichtigste Gut. Schon seit langem natürlich im Bereich Unfallverhütung in der Produktion. Das Thema Gesundheit geht aber viel weiter, weshalb wir ein betriebliches Gesundheitsmanagement eingeführt haben. Seit Oktober 2022 ist dieses mit dem Qualitätssiegel Friendly Workspace der Gesundheitsförderung Schweiz ausgezeichnet. Seit November letzten Jahres haben wir eine Photovoltaikanlage in Betrieb, mit der wir rund zwei Drittel unseres eigenen Strombedarfs produzieren. Wir arbeiten mit modernster IT und vor allem im Bereich Digitalisierung sind wir da schon sehr weit fortgeschritten. Das heisst, die ganze Produktion ist papierlos und alles läuft über die digitalen Kanäle. Wir pflegen effiziente Prozesse zum Nutzen unserer Mitarbeitenden, der Lieferanten und unserer Kunden. Wir machen jetzt unser Reihen, dann muss die Suppe nach парtigkeit. Wir machen jetzt alles fest, dass ihr das Begrüßt. Wir machen jetzt hier noch was eine Durchschnittliche Rufe. Wir machen jetzt alles, was wir haben. Wir brauchen die Presse zu sehen. Wir machen jetzt auch eine Ausatung für die Karte, die Analyse geht. Vielen Dank.